Der DiscoFox Workshop vom 19.01.2019 in den Tanzschirmen in den Jams. Wir haben den gleichen Eingang genommen wie im letzten Workshop. Wir haben damit eine Witzel geführt. Von hier aus hat er sich nach links in den Herrenschalen gedreht. Und jetzt ist er abgetaucht. Einmal drunter durch. Siehst du den Kontakt an seiner rechten Hand? Wir kommen rechte zu rechte raus. Von hier aus hat er sich ins B gedreht. Nach links für Sie. Wir konnten erstmal Schiebetür hin und her von der einen Seite zur anderen Seite tanzen. Und wenn er sich entscheidet, dass er den ersten Schritt auf die Frau zu machen möchte, haben wir hier unsere Linie vor uns. Da möchten wir beide hin. Er macht den ersten Schritt zur Frau genommen. Den ersten. Eins. Den zweiten Schritt in die neue Richtung. Dabei gehen wir unter und über das Rückplatz fangen. Dann konnten wir einfach Grundschritte auf Linie tanzen. Den ersten immer zum Partner. Den zweiten in die neue Grundschritte. Eins. Zwei. Den ersten, die drei. Den und her. Oder auch immer auf der einen, lang zwei. Auf dieser Seite kommen wir die Frau und eine Valentin pfüren. Und wieder auf der anderen Seite auch. Fangen wir am Anfang auf. Denn er sich entschließt nicht mehr mitzugehen. Dann geht die Frau nach rechts aus der ganzen Nummer raus. Wir tauschen die Hände zurück. Suchen den Kontakt. Und haben sie wieder bedrückt. Wir zeigen das Ganze noch ein weitererischer Platz. Die Darmwitzel, die Darmwitzel, die Darmwitzel herrschmal. Erd auf 8, sie sind in Kontakt an der rechten Hand. Ganz B. Wir tanzen die Schiebekühe hin und her. Wir reden uns aber mal kurz wieder zum Video. Und dann haben wir unsere Linie vor uns. Wir tanzen den ersten Schritt zum Partner. Die Linie wieder herunter. Grundschritte auf die Linie hin und zurück. Oder mit Barriere-Drehung. Sie nach links. Wieder aufhören. Und die Frau wieder rausdrehen. Und wir legen Kontakt zum Grund, dass wir am Ende wieder in der Linie rauskommen. Das war's schon. Viel Spaß.